Erkennen bis zur Weisheit. Immer durch dringender bis zur absoluten Erkenntnis oder der Erleuchtung oder das, ich bemerke alles, was auch immer das ist. Ich habe eine Reihe von Audios gemacht über das Thema Erkennen. Menschen sind vor allem auch erkennende Wesen. Sie haben eine Erkenntnisfähigkeit, eine Erkenntnisfertigkeit. Und erkennen kann man sehr unterschiedliche Dinge und auch erkennen kann man mit sehr unterschiedlichen Niveaus und unterschiedlichen Möglichkeiten. Und darum geht es ja immer wieder in unser aller Leben, etwas erkennen zu können, was wir vormals nicht erkannt haben. Etwas, was wir vielleicht spüren oder wo wir eine gewisse Intuition haben oder eine Vorstellung immer wieder gedanklich zu durchdringen, inspirativ zu durchdringen, im Einklang mit allen möglichen Umständen tatsächlich zu erfahren, zu erfassen, um dahinter zu schauen, um wirklich zu schauen, zu bemerken, zu erkennen, zu wissen so ein Stückchen auch. Aber vor allem diese große geistige Fähigkeit zu haben, etwas vollkommen verstehen zu können, selbst wenn das rationale Verständnis oder das intellektuelle Verständnis begrenzt ist. Selbst wenn die Ausdrucksmöglichkeit begrenzt ist. Wir können uns dem annähern. Und Erkenntnis ist immer wieder eine Annäherung an das, was eigentlich ist. An das, was in dem Sinne absolut ist. Und insofern erkennen bis zur Weisheit, bis zum Absoluten, bis zur Erleuchtung, bis zur Buddhaschaft, bis zum Göttlichen, egal wie wir das ausdrücken wollen. Immer durchdringender bis eben zur absoluten Erkenntnis. Also etwas, was wir stets und ständig immer wieder assoziieren. Das ist der Grund, warum wir tagtäglich denken. Und nicht nur tagtäglich, sondern eigentlich immer, oder ja, in dem Sinne tagtäglich immer, immer denken. Wir denken immer. Wir können das Denken zwar weniger sein lassen, bis kaum noch sein lassen, es findet aber immer wieder statt. Und natürlich sind wir glücklicherweise auch immer wieder in Loslasszuständen, wie in unterbewussten Zuständen, wo wir eben nicht weiterdenken oder das Denken loslassen oder mal hier denken oder mal an einem anderen Gegenstand denken. Aber das Denken ist immer da. Wir regulieren es aber in der Hinsicht. Deswegen wird zum Beispiel auch die Lehre in der Meditation angestrebt. Also das Leersein angestrebt, um nicht ständig verzweifelt denken zu müssen. Sondern durch die Lehre kommt ja eine starke Assoziationskraft und Erkenntnisfertigkeit und Fähigkeit aus dem Nicht, aus dem Loslassen, aus dem Nicht-Tun kommt das Tun und so weiter. Diese zahllosen Möglichkeiten von Assoziationen, die wir haben. Immer wieder können wir etwas miteinander verquicken, verstricken. Dort einen Bezugspunkt sehen, dort eine Sinnhaftigkeit erkennen und so weiter. Es immer wieder durch Denken aus unterschiedlichen Positionen, in einer nicht einseitigen Logik oder auch in einer nicht einseitigen Vernunft, sondern mit allem Möglichen, was wir überhaupt nur assoziieren können, das durch alle möglichen Lebensumstände und Bedingungen entstehen mag. Also ein Nachdenken in diesem Sinne. Ein plötzliches Nachdenken, eine plötzliche Erkenntnis, ein plötzlicher Einfall, der da ist, genauso wie eine gewisse Logik, die ich verfolge in dem Denken, Argumentationsfähigkeit, Fertigkeit, im Dialog oder eben auch alleine spielt gar keine Rolle. Darum geht es immer wieder. Es ist also eine, ich würde sagen, eine Lebenskunst, eine Lebensart zu sein, das Denken, das Assoziieren. Im Sinne zum Beispiel des Pro, aber auch des Kontras, also im Sinne einer Dialektik, unterschiedlich in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Zuständen, mentalen Befindlichkeiten, körperlichen Befindlichkeiten, in Extremsituationen in unserem Leben. Das ist interessant, wenn wir Extremsituationen erleben, egal ob das schwere Krankheiten sind, Unfälle, sonstige Dinge. Und das ist vielleicht der Grund, warum Menschen immer wieder Extremherausforderungen suchen, um einfach anders denken zu können, um einfach inspirativ denken zu können oder plötzlich einen Erkenntnissprung zu haben, weil wir natürlich irgendwo immer wieder bemerken und die Menschheit schon immer wieder bemerkt hat, dass da etwas anderes noch ist, dass da etwas ist, wo es sich lohnt, das noch zu wissen, zu erfahren, zu erkennen. Und das ist ein großer Motor für unser Sein, für unsere Lebendigkeit, für unser Leben, für unsere Entität. Dabei sind zum Beispiel Fragen nur eine Möglichkeit. Es gibt Philosophen, die sagen, Fragen ist wichtig, immer wieder Fragen, Fragen stellen und intelligentere Fragen stellen. Precht behauptet das zum Beispiel oder wer auch immer. Fragen sind eben nur eine Möglichkeit. Ich kann Fragen und Fragen stellen. Es gibt Elementarfragen, es gibt profane Fragen, aber Fragen sind eben eine Möglichkeit, sich dem großen Gebilde tatsächlich zu nähern. Jedes Mal entsteht bei einem Erkennen, bei einer Erkenntnis etwas anderes. Das ist interessant. Ein Leben reicht wahrscheinlich nicht aus, um alles immer wieder zu durchdenken und immer wieder andere Positionen zu erfahren, andere Erklärungen zu ermöglichen und so weiter. Also sehr, sehr unterschiedliche Zustände, die erkennen und erkennen tatsächlich bis zur Weisheit oder zu Erleuchtung ausmachen. Wir brauchen unterschiedlichste Zustände, wahrscheinlich auch unterschiedlichste Seinszustände in unserer Entität. Egal, ob wir jetzt als Mensch denken oder als Pferd denken oder als Katze denken oder vielleicht als Virus denken. Ganz klar, also meines Erachtens hat auch ein Virus eine Denkfähigkeit, eindeutig. Erkennen ist aber vor allem etwas Inspiratives. Plötzlich erfahre ich etwas. Plötzlich dringt etwas durch mich, in mir, in meinem Sein. Plötzlich bin ich an die Dingen angeschlossen, was auch immer das ist. Und das ist eine Inspiration. Und das ist das, was, glaube ich, das Leben so interessant macht. Dass dieses inspirative Erkennen und dieses inspirative Denken so außerordentlich sein kann. Plötzlich. Das heißt, Erkennen ist unabhängig und braucht nicht eine bestimmte Denkschule oder Denkformation und damit keine bestimmte Logik oder Art und Weise der Auseinandersetzung. Das ist vollkommen unabhängig. Erkennen passiert. Passiert ist etwas Elementares in unserem Leben, genauso wie das Denken unvermeidlich ist. Wenn wir sagen, Erkennen ist unabhängig, dann können wir daraus Schlussfolgerung, das ist jetzt eine gewisse Logik, dass es eine echte Freiheit ist. Wenn Erkennen etwas Unabhängiges ist und stets möglich ist, in allen möglichen Lebenslagen und Positionen, dann strebt es eigentlich die echte Freiheit an oder es ist, es nähert sich der echten Freiheit. Also Erkennen als Freiheit, als Freiheitsbegriff oder als anderes Wort für Freiheit. Und damit ein geistiger Raum, ich nenne es mal einen geistigen Raum. Einen nur geistigen Raum, der immer wieder durchdringend ist und vorhanden ist. Wir bewegen uns eben als Menschen, als lebendige Menschen in unserer Physiologie, in unserem Sein, in der Körperlichkeit oder in einer gewissen Konditionierung. Aber hier die echte Freiheit, der geistige Raum mit allem, was in einem geistigen Raum möglich ist, der unabhängig ist, möchte das nochmal betonen von dem Entitätszustand. Und das ist vielleicht das, was Sokrates oder Platon oder andere Philosophen, auch vor allem früher Philosophen gemeint haben, mit diesem Raum, der entsteht, mit diesen Ideas, die tatsächlich vorhanden sind, an denen wir teilnehmen können. Der Begriff Weisheit, der Durchblick, der Durchblick als weiser Zustand, wir könnten auch sagen als erleuchteter Zustand, weil er durchdrungen ist von einem großen Licht, inspirativ eben als Weisheit, der absolute Durchblick. Weisheit ist ja kein Wissen oder ist nicht nur Wissen, es beinhaltet auch Wissen. Aber Wissen ist etwas sehr, sehr, sehr Begrenztes. Wissen bewegt sich immer fort. Was wir vormals wussten, wissen wir heute anders und werden es morgen und übermorgen wieder anders wissen. Aber Weisheit ist der Durchblick, der vollkommen zeitenlos ist, der bedingungslos ist, ein weiser Zustand, etwas Intuitives, schon immer gewusst, schon immer so da gewesen im Sinne beispielsweise archetypischer Dinge, die sich immer wiederholen in dem bis hin zu dem einen Zustand, der alles durchdringt, das eine, das göttliche Gott, der immer da ist oder das immer da ist. Das hat mit dem Begriff Weisheit zu tun. Also der Durchblick an sich. Und um das noch mal zu sagen, als Menschen haben wir zumindest eine Intuition oder immer wieder eine Intuition davon, dass wir ahnen, da gibt es noch etwas anderes, da gibt es ganz andere Zusammenhänge, ganz andere Wahrheiten und Möglichkeiten. Und das streben wir an tatsächlich. Da wollen wir hinkommen in unserem Leben. Also in dem Sinne der Intuition schon immer gewusst. Und all das, all das Erkennen bis zur Weisheit ist im Einklang mit etwas Umfangreicherem als nur meiner selbst. Als nur einem bestimmten Dasein, einer bestimmten Doktrin, einer Glaubensrichtung, einer Botschaft, egal wie wir es nennen. Es ist im Einklang mit allem. Und es ist natürlich immer wieder die berühmte Frage, wenn wir es als Frage formulieren, warum es wirklich geht. Worum? Worum? Nicht warum. Worum geht es wirklich? Was ist das Wirkliche? Das Eigentliche, zu dem wir immer wieder kommen wollen. Worum es wirklich geht. Und das hat vielleicht zu tun mit Gütigkeit. Denn Existenz an sich ist etwas Liebendes. Jegliche Schöpfung, jeglicher Schöpfungsakt, jegliche Existenz ist durch Liebe erzeugt und geht durch Liebe dann wieder weg, aber wird auch durchdrungen durch diese Liebe. Und das hat natürlich mit Gütigkeit zu tun. Insofern ist Erkenntniszustand oder Erkenntnishaftigkeit, gerade bis hin zur Weisheit, etwas sehr Gütiges in dem Sinne des Einsseins, des Einswerdens, des Verlassens der vielen, vielen Einseitigkeiten und vielen, vielen Dingen, die uns immer wieder Leid zuführen in unserem Leben, weil wir geglaubt haben, das ist jetzt wichtig, was jetzt gerade passiert, was ich denke, was ich will, was ich habe und so weiter und so weiter. Das ist es aber nicht. Es macht uns nur leidvoller. Insofern brauchen wir immer wieder Erkenntnishorizont. Und wir brauchen Weisheit, die hoffentlich jeder Mensch anstrebt. Also das mal so ein paar Gedanken zu dem Thema Erkennen bis hin zur Weisheit. Immer durchdringender bis zur absoluten Erkenntnis.